Kennenlernen Personen Der Mann mit dem roten Schal ist Ludwig van Beethoven. Klavier Woher kommt er? Er kommt aus. Woher kommst du? Ich komme aus. Heute lernen wir, wie man auf Deutsch sagt. Die Vereinigten Staaten Der Mann mit dem Schnurrbart ist Albert Einstein. Und er kommt aus Ulm, Deutschland. Wer kommt aus Bonn? Woher kommt Albert Einstein? Welche Person trägt einen Schal? Er trägt einen Schal. Wer hat einen Schnurrbart? Er hat einen Schnurrbart? Welche Person trägt eine Krawatte? Er trägt eine Krawatte. Wer spielt Klavier? Er spielt Klavier. Wer bist du? Ich bin... Ich bin... Woher kommst du? Ich komme aus den Vereinigten Staaten. Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist am... ...tragen. Was trägst du gerade? Ich trage ein rotes Hemd. Und eine schwarze Hose. Du kannst verstehen. Du kannst verstehen. Hör mir zu... Du bist krank. Amten. Putze dir die Nase. Das war's für heute.